Die Cyprus Football Association ist der Fußballverband der Republik Zypern. Er hat seinen Sitz in Nicosia. Die CFA ist zuständig für die Organisation des Fußballs in der Republik Zypern und ist somit unter anderem für die zyprische Fußballnationalmannschaft verantwortlich. Zudem ist der Verband Ausrichter der Profiliga First Division des zyprischen Pokals und des Supercups. Geschichte Zu Beginn des 20. Jahrhunderts etablierte sich der Fußball langsam in Zypern, nachdem er von den Briten ins Land gebracht wurde. Um die wachsende Zahl an Vereinen besser organisieren zu können, wurde im September 1934 die Cyprus Football Association gegründet. 1948 trat man der FIFA bei, 1962 folgte der Beitritt zur UEFA. 2007 wurde das neue Hauptquartier in Nicosia eröffnet. Bei der Feier waren UEFA-Präsident Michel Platini und der damalige griechisch-zyprische Präsident Tassos Papadopoulos anwesend. Es besteht ein Sponsorenvertrag mit der Marfin Papierla Bank. Am 13. Oktober 2014 explodierte vor dem Hauptquartier der Cyprus Referees Association eine Bombe. Zudem detonierte vor der Wohnung eines Linienrichters in Limassol ein Molotow-Cocktail. Bereits im März 2014 explodierte das Auto des UEFA-Schiedsrichter und Leiter der Cyprus Referee Association, Leoncio Stretis. UEFA-Fünfjahreswertung Platzierung in der UEFA-Fünfjahreswertung Die Kürzel CL und L hinter den Länderkoeffizienten geben die Anzahl der Vertreter in der Saison 2015 Sechzehntel der Champions League bzw. der Europa League an. 16. Österreich-Österreich-Koeffizient 25.675 CL 1 L 17. Kroatien-Kroatien-Koeffizient 23.500 CL 1 L 18. Zypern-Republik-Zypern-Koeffizient 22.300 CL 1 L 19. Polen-Polen-Koeffizient 21.500 CL 1 L 20. Israel-Israel-Koeffizient 21.000 Ziel 1 L Dritte Stand